ja hurra hallo und herzlich willkommen zurück zum paper machen kann das gleich endlich geht es weiter gibt ein winkler bräu dazu ist aber nicht vom drachen dort ist einfach heißt halt immer so so holunder atoll leuchtturm insel da bin ich jetzt mal ja spannend du ne naja es war zurzeit echt ich habe echt viel um die ohren gehabt aber es tut mir echt leidende aber jetzt geht es endlich wieder weiter jedes wochenende ein teil von paper mario color splash juhu ja die tage wie man wieder darauf kommt age of empire so wie irgendwann mal angefangen in dieser ladebildschirm dauert jetzt schon ziemlich lange oh ist schon noch hier donk Untertitelung. BR 2018 Ach ja, ich hab doch irgendwo meine Glühbirne bekommen. Unter dem Ding brennt sogar ein Feuer. Habt ihr das gesehen? Irgendwie sitzt das heute nicht ganz so gut. Auf geht's Toads! Ahoi! Ja, da kommt bloß eine Farbe raus. Das wäre natürlich blöd, wenn man die so kaputt macht. Dann kriegt man natürlich, äh, nix zum Pippen. Ach, zum Schild, das wird nichts kaputt. Ich hab hier eine Waschmaschine, die hab ich ja auch noch, ne? Ich nehm jetzt einfach mal das hier und das hier und das hier und dann wird das schon hoffentlich funktionieren, ne? Hm, das war natürlich jetzt nicht so toll von mir wieder, ne? Ach, aber das war jetzt wieder richtig gut. Ah, das dauert ja ewig, bis ich das wieder pimp, das Ding. Ah, guck mal, Hüpfbusch. Sehr schön. Du, 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 du. Ich nenne mich jetzt gerade irgendwie so ein bisschen an Asterix und Obelix, hä? Du, 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 du. Oh, da ist ein Speicherpunkt. Ich glaube, der Speicherpunkt ist dann passiert jetzt gleich, oder was? Hä? Jetzt kann ich hier nichts machen, außer wegen so einem scheiß Farbpflecken bin ich jetzt hierher. Ja, das ist doch jetzt nicht normal, oder? Du, 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 du. Wobei der eine Wusch, Wusch da hinten hat so komisch gewackelt, hä? Nee. Habe ich mir eingebildet. Kling, 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 kling. Aha. Schöne hier, die kommen da nicht rein. Aber da ist der Brief von der Prinzessin. Das ist doch schon mal schön. Mal gucken, was die Tante da ist. Von sich gibt. Ich erfuhr, dass Bowser selbst uns den entfärbten Toad geschickt hat, um mich in so eine Fänge zu locken. Oh. Na gut. Dann werden wir doch diesen Bowser mal wieder schön eine verpassen, ne? Ja, ich hoffe doch auch. Weil irgendwie hört das Spiel nie auf. Aber ich meine, ist ja gut so, ne? Kostet ja mir noch einen Haufen Geld, so was. Hm. Na gut. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Fehler gemacht habe. Da kann man nach unten hüpfen. Das ist bestimmt irgendwo so ein Mystery-Ding. Ne, nix Mystery. See, das ist ein Mystery-Ding? Also ausschneiden konnte man jetzt. Immer noch nix? Mhm. Ich hoffe, dass das Meer eigentlich so schwieg zu besegeln war. Sind ja aber schon viele Toads am Starat, ne? Ich hoffe, dass ich jetzt nicht so schwiegzeig bin. ja da kommt doch jetzt diese glühbirne rein ich habe eine glühbirne also ich hatte mal eine glühbirne also ich bin ja eigentlich hat den glühbirne nein es ist das karten foto aber rat wird es natürlich jetzt nicht verschwenden wenig 100 prozent weiß was da rein muss wird dass da die batterie rein muss wage ich ja zu bezweifeln die zeit nicht wieder so stock finster werden so aha das war jetzt doch mal wieder entspannt jetzt habe ich eine kopie von dem komischen wie heißt das eigentlich so eine wasschale halt ne man früher benutzt hat dass man sich waschen kann aber das ist auch nicht das was ich brauche mit rosa Rosa-Hüpfburschen. Hm. Das bleibt spannend, ne? Hallo. Hey. Gehst du weg? Danke. So muss der scheiß Wasserfall. Hier ist der Wasserfall. Raust du ab. Der hat wohl gedacht, ich habe ihn nicht gesehen. Haha. Schau nahi. Noch? Wodelo. Hallo? Hallo. Dann zeig mir doch mal die Reverse. Boah, echt. Der hat mir jetzt drangekriegt, ne? Oh. Hm. Das sollte doch genügen. Ich will nicht schon wieder so viel verschwenden, weißt. Aha. Leider nicht. Das ist doch nicht normal hier, ne? Ach so, die sind jetzt über verschwunden, auch nicht schlecht. Das ist doch schon wieder so viel verschwunden, ne? Aha. Siehst du, da ist schon wieder so farblich, ne? Da passiert was. Da passiert was. Ah, jetzt muss ich in die Reverse wählen und dann kann ich da bestimmt auf diesen Stangen hier hüpfen, ne? Ah, auf jeden Fall scheint jetzt wieder irgendwas zu passieren, weil jetzt hier schon wieder so ein Speicherpunkt ist. Ja, halte ich das aus oder halte ich das aus? Ja, guck mal hier. Der Stromausfall ist mein an und für sich. Mit der Aussage könnte man schon auch damit rechnen, dass da die Batterie rein muss, aber... Hm. Oh, nein. Mein Notfall ist mir immer noch am Ding wieder eine Batterie holen. Das schneiden kann man jetzt hier nix, ne? Super. 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 Super, sag ich, ne? Leer-Epic-Feuer-Blümchen? Blumen? 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 Klipp. Da hab ich sonst keine? Bei Feuerblumen nehmen und nix? Da super. Nehmen wir mal den da noch mit dazu und den. Ich hoffe das war jetzt nicht wieder zu viel. Okay. los flap flap noch was los para cooper macht was weiter das war jetzt aber nicht in ordnung hoch haben wir vielleicht hoch haben wir den buch haben wir das sind und den dreifach sprung sind wir funktionieren das ist noch noch zu viele hätten einfacher sprung aufgelangt meint mich wundert es ja eigentlich dass ich diese buches angreifen kann so ohne super stern ohne karte habe ich erhalten ja ich halte es nicht aus so schallgeier was erzählst du na oder nee nee also aber der ist ohne farbe ich muss jetzt irgendwie einfärben ich habe so das gefühlt es wird heute irgendwie nichts mehr die dritte aha alter die unendliche nervigkeit ich habe gedacht ich muss dieses fast in die luft jagen tolle wurst wer hätte denn das gedacht wer hätte denn das gedacht ach du heilige scheiße ich bin jetzt mal lang beschäftigt sehr lange beschäftigt das gibt es nicht es gibt es gibt es gibt es einfach nicht ich kann denn der da bitteschön ich bin jetzt mal nicht so viel also wenn da jetzt nicht ein batzen an graffi rauskommt dann dreh durch okay okay Na, Gott sei Dank. Alter, ich bin ja progierend, ich flippe aufs. Ich wollte mich dem Scheißhammer da draufhauen. Hörst du jedes Mal, hast du nur so Scheiße nur noch hier irgendwie? Hey, das kotzt einen an, das kotzt einen nur noch an. Jetzt sind die ganze Haufen von dem Scheißdreck aber nichts, was man wirklich brauchen kann hier. Meine Fresse. Toll. Alter, 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 ich sterbe jetzt gleich hier. Jetzt, ich habe keinen Sprung und gar nichts habe ich mir, ne? Eisensprung. Das ist Verschwendlichkeit tausend Karten, ne? Ja, toll, was mache ich denn? Jetzt habe ich es nicht einmal eingefärbt, ne? Ich bin ein Dipp. Boah, Leute, 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 Leute. Hau ab. Hau einfach. Geh einfach, bitte. Hau. Hier. Bitte, ich mag dich halt einfach nicht. Super. Weil halt jedes Mal jetzt diese, diese, diese dämliche Buchen gleich am Anfang hier, weil es mir hier auf die Nüsse geht, ne? Schauen da ganz lustig aus, die Viecher, aber die nerven mich. Also, es nerft. Ja, toll. Könnten wir auch, ruhig einmal wieder ein wenig mehr Karten irgendwo organisieren. Ich glaube, ich fange jetzt erstmal mit diesem Kartenrad an. Hä? Ja, geh halt, geh einfach weg. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Schaut was mit dem Ding da aus. Was? Kann denn der? Ich schaue es mal dir mal ein. Mal gucken, was die so drauf haben. Ich war jetzt eigentlich schon in der Hoffnung, dass der öfter als einmal was macht. Das ist ja das, was mich jetzt richtig anbumst, ne? Ich habe so viele von dem Scheiß direkt da. Ich habe aber keinen Sprung und nix mehr. Ach, ich wollte ja eigentlich das Kartenrad mal wieder einsetzen, ne? Und die ganze Gegner machen, hätte man die ganzen Helferlein immer gleich kaputt, ne? Boah, echt leuleleule. Ja, da gibt es doch einen Sprung hier zum Gewinnen beim Kartenrad. Und n Hammer. Super. Uhuhuhuhu. Ja, genau. Das Ding mir auch gerade, Alter. Das kann ich benutzen. Aber mir geht halt echt langsam die. Wenn man da halt immer bloß eine nach dem anderen angreifen kann, ne? Dass man alle gleichzeitig angreifen kann, ne? Nein, das sieht man gar nicht. Nein, ne? Wir sind noch dreimal irgendwie, was? Wir haben ein Kartenrad. Ich brauche einen Sprung. Oder einen Doppelsprung. Oder irgendwas. Nicht den Scheiß weg. Das bringt mir jetzt aber halt auch nix, ne? Alter, das zieht sich jetzt wie unendlich Kaugummi. Das zieht sich jetzt aber mal für das nächste auf, ne? Ja, mach das doch du mal hier. Es nervt. Es nervt. Mich nervt das einfach so. Mich geht das so auf den Sack. Nein. Diese Reverse-Welt geht mir so auf die Nüsse, ne? Boah, Alter. Wenn der jetzt nicht kaputt gegangen wäre, ne? Hätte alles zusammengehauen. Ich glaube, das muss das eigentlich schon so sein, ne? Ja. Okay. Okay. geht jetzt hier auch was ich bin der ernste und ich habe meine batterie vorhin verschwendet das kann doch jetzt nicht echt ernst sein das macht jedes mal ich will das nicht das ist das mal die sagen dass baller spiele ein aggressiv machen wir haben noch nie super mario paper mario color splash gespielt weil die meiste zeit läufst du irgendwo a nach b das ist überhaupt nicht irgendwie das macht irgendwie nicht so will ja genau wenn ich ja wurscht man das hat jetzt noch einmal hustet nicht dann 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 dreh richtig durch ich habe keinen bock mehr ich will das nicht mehr ich möchte nicht mehr leben verstehe überhaupt gar nicht warum ich überhaupt am leben ist am leben um zu arbeiten und scheiße zu fabrizieren wenn du fertig bist mit arbeiten dann hast du deine rente dann bist du genauso am arsch weil du 150 oder so bist du richtig drehen durch ich habe genau gewusst dass da die scheiß glühbirne reinkommt nein der der fahrer muss ja hier auf den anderen achten hören irgendwas mit stromauswahl wo ist der batterie da rein alles kommt 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 hier schnell ausschneiden ja ich muss dann erst mal in die stadt zurück nach port prisma muss erst mal wieder dickfett karten einkaufen da holen wir uns dann gleich noch mal eine batterie da ist der farbstern ja geil schauen wir hier der farb die torte oder was deswegen hätte man diese maxi pizze wahrscheinlich verkaufen wollen ja wir können segel setzen zum verabstehren ja was war das jetzt wieder für eine schwierige geburt ne wir sind der zeit wo ich hier los in der gegend rum gab die leute das spiel eigentlich schon durch gespielt ja hallo hey ja du blablabla tt true tttt oder sie die Totenkopf-Insel. Gott sei Dank. Alter. Ich glaube, ich mache drei Kreuze, wenn das Spiel rum ist. Ich dachte schon mal, Oddworld geht mir auch ein Sack. Aber das geht mir ja richtig auf die Nüsschen. Jetzt fehlt da auch noch ein paar Farblosfleck. Bevor ich jetzt die dann weitermache, geht es erstmal nochmal schön hier einkaufen. Ich meine, die ganzen restlichen Farblosflecken, dann mache ich mal hier, wie gesagt, einen extra Fernsehfilm dazu. Fernsehfilm, alles klar. Ich drehe langsam durch. Port Prisma. Port Prisma. So, jetzt muss ich erstmal schön einkaufen hier, ne? Ja, das kann der mir denn schönes anbieten. Kaufen. Also. Ich mache auf jeden Fall mal wieder sowas. Wie viel Platz habe ich noch? 49 Karten kann ich noch kaufen. Ah, das ist ja kites. Ja, danke schön. So, dann würde ich mal wieder sagen, vielen lieben Dank für das Reinschauen, Zuschauen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Es beginnt langsam, dass das Spiel mir immer mehr auf die Nesse gehen muss. Aber gut. Wir haben es ja hoffentlich bald. Dankeschön. Hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Echt. Echt. Echt.